ja moin und herzlich willkommen ja lange nichts mehr von mir rausgehauen also videotechnisch von daher haue ich auch gleich mal in vollen hier und dürfte dann live dabei sein auf meine testfahrt ich habe hier donnerjad mäßig software drauf geknallt und ich habe das vorher noch nie gemacht so die vmax ausgelotst und mal gucken mit großem koffer und so wie das ganze denn so aussieht ja dachte ich mir ich nehme mal die zeit die stunde und probier das mal check das mal aus was denn da so warum kommt ja bevor ich entschuldige mich schon mal für die tonpolizei ist nicht so super und ich möchte mich relativ kurz halten schneide dann nachher die v max strecke einfach mal so dazwischen mit ein bisschen musik untermalt alles andere kennt ihr euch das gute gefällt das like abo etc und ja ich wünsche euch was bis dann tschüssi ja 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 ja